Ein gewissen Prost, erst mal auf den Veranstalter des heutigen Abends. Los, hast du Pfeffi im Becher? Bring mir ein Pfeffi. Ja, bring mir ein Pfeffi. Hey Leute, es ist echt saugeil. Wir trinken hier ein ganz großes Prost auf den Veranstalter, der heute die geile Party macht. Es ist echt noch was los bei euch in Hof. Bei uns unten in der Ecke würden wir wahrscheinlich vor fünf Leuten spielen. Leider, leider. Wir halten die Fahrstabfahne hoch. Also gehen wir schön mal einen Trinken mit euch. Nachschicken statt nachdenken. Sehr geil. Ja, jetzt mal one mit dir. Drinking, not drinking. Ich meine, das nächste Lied heißt Nachschicken statt Nachdenken. So viel Zeit muss sein. Prost, Leute. Supportet die Konzerte und geht auch weiter hören. Es ist echt saugeil hier. Okay. Ja, nee. Okay. Musik 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 Musik